Eure Kandidaten Tor 1 Nikita Krimski, Krefeld-Pinguine Im Duell der beiden Neulinge der Liga hatten die Krefelder die Nase klar vorne. Auch aufgrund eines solchen Zusammenspiels. Am Ende ist es Nikita Krimski, der den Treffer bekommt. Verdient haben es allerdings aber auch seine beiden Assistenten Davis Koch und Alexander Weiß. Untertitelung des ZDF für funk, 2017